Nicht zu glauben, dass die mir meine Uhr abgenommen haben. Major Carter wird bald mit Heimdall verschwinden müssen. Wenn sie klug ist, ist sie bereits weg. In diesem Fall werden unsere Chancen auf eine Flucht äußerst gering. Ach, ich weiß nicht. Wir müssen doch nur hier ausbrechen. Jeden Jafar, der uns über den Weg läuft, ausschalten, das Kommando des Schiffs übernehmen und gepflegt nach Hause fliegen. Ich lass mich gern korrigieren.